Okay, es geht weiter, meine Freunde. Wieder leben, das lasse ich schon wieder hier. Weil man nie sicher genug hier spielen muss. Äh, kann, meine ich. Grammatik gerade im Keller. Was sind das für eigentlich die Batterien? Die halten vor lange schon aus. Oh, Munition kann ich auch gebrauchen. Oh, Munition kann ich auch. Oh, Munition kann ich auch. Oh, Munition kann ich auch. Okay. Also, die ist die letzte Tür. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass die weiße Tür nicht betretbar war. Fuck you. Oh, Munition kann ich auch. Oh, Munition kann ich auch. Mann, oh Mann. Da hinten ist noch Munition, die nehm ich jetzt auch mal mit. Ach, Mann. Ich schlage mich bisher sehr gut, würde ich mal sagen. Und in welchem Raum hast du dich jetzt versteckt? Das ist Appendisch. Ich habe ja so wenig Leben geheilt oder was? Anscheinend ist nichts mehr hier. Okay. Wo bin ich gerade eigentlich? What? Ich war schon so weit? Okay. Sag jetzt nicht, ich muss hier den scheiß Stockwerk hier durchgehen. Yay. Darauf freue ich mich schon. Ich glaube Dimension 2 mache ich so Heiligabend. Sag mal! Sophie! Okay. Okay. Das Leben. Das war knapp. Ist das nicht lustig, was er gerade da macht? Ich glaube, ich nehme mal das Leben hier. Und die Munition, die da hinten war. Ich glaube, ich brauche die Waffe hier öfters. Ja, okay, gut, gut. Hä, wieso kommen die jetzt wieder? Meine Fresse nochmal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ei, nein, nein. Was gehts bei der Tür? Ist ja auch verschlossen. Leckt mich mit euren verschlossenen Türen. Hi, 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 Hi! Okay, jetzt ist die Brutstätte geled- ähm ... ... die Seuche hier erledigt. Da gehts nicht weiter. Dann muss es hier. Wo noch? Endlich ist Ruhe hier. Scheiß Belger, der Zombie-Apakalypse. War ich nicht hier? Komm mir alle so vertraut vor. Okay, das heißt nur hier. Juhu, ist dein Leben. Das Leben da unten behalte ich mir noch. Hm, Munition. Und kann ich da rein? War mir schon klar. Irgendwie hat das mich jetzt nicht so erschrocken Keine Ahnung warum Vielleicht bin ich jetzt gerade nur abgehörtet Kann ich jetzt raus? Die respawnen wieder, kein Bock auf sowas What the fuck? Ich weiß nicht, dass es in den Köpfen der Entwickler vorging, als sie so welche Monster erschaffen haben Aber ich sag nur eins, fickt euch Okay das heißt wohl, dass ich nicht da durch kann Gut zu wissen Leben, gib mir Leben Juhu Und das ist Munition Ganz einmal gebrochen Das heißt wohl, dass jetzt irgendwas kommt Irgendwas fucking hässliches Sind die von irgendwas weggelaufen oder wollten die mich angreifen? Irgendwie ist das lustig, ich weiß nicht Aber die Fressel Komischerweise ziehe ich nicht mal richtig auf die und trotzdem bin ich getroffen Naja Nintendo sein, ich meine Nintendo Also wo bin ich gerade auf der Map? Ach, hier bin ich Ich weiß gar nicht, ob ich es dann durch muss, aber naja Die andere war bestimmt verschlossen Ja, die war verschlossen Und wir sehen uns im nächsten Part Geht Geht Vielen Dank.